Wo wir wohnen hier in Sieden-Alberta, du sagst, dass das Fälle muss, dass das Wasser ändert. Wir können schön das Wasser haben, oder wir können kalt das Wasser haben. Dann kommt immer ein Wind, das ist ein Gewässer Wind, und wenn der Wind nicht kommt, dann, wenn es dort verlassen wird, dann ändert sich das Wasser. Zum Beispiel, wir haben hier ganz lange gedreht, dann haben wir hier so eine Fälle, das ist Schnee, und wir haben Wetter und Schmack und alles, und dann kommt das Wind, und die bloß dann unter das Wasser nähen, und dann, wenn das Wasser ist hier, dann werden wir ein paar Deren aus dem Schein, dann haben wir von der Wetter da, das ist Schnee, ganz bald, brennig groß zu sein, werden wir ein paar Deren, der einfach wundervoll wird, auch nicht. Und das Wind, das kommt, oder das Wasserwechsel, das kommt, der handelt nur um die Fälle. Das englische Wort, hier ist nur ein deutsches Wort, und auf deutsches Ügerät, seien wir Schnuck. Auf englisch heißt es auch Schnuck, aber wenn wir auf deutsches sagen Schnuck, ja, dann schnucken wir. Und das ist ungefähr die Wahrheit, mit dem Wasser hier so, dass das ist das ist, und dann kommt der Wind näher bloß, und dann ändert sich das so, und dann schnuckt bloß einmal, und dann können wir sie wieder unter Wasser. Und hier ist der interessante Ding. Wir haben das letzte Weg, denn wir haben alles schön, wie auf der grünen Großelweg zu sein, und dann kommt der Wind, und dann über Nacht, dann haben wir Watt, alles in die Nacht geschnitten. Sehr interessant für die Zeit. Das schnuckt, dann haben wir andere Watt. Ich glaube, das ist das in das jetzige Leben auch, oder in das Gedankenleben, oder in das Gefallenleben. Wir leben auf einem Staub im Leben, und vielleicht ist das nicht richtig, wo wir sind, dann fehlt das, dass wir ein bisschen Schnucken in den anderen Sehen haben. Philippa Kapitel 2, Vers 25, sagt es das. Wir sollen nicht bloß nachdenken, was uns selbst interessiert, nicht bloß nachdenken, nicht bloß sagen, was will ich, was kann ich zum Gefallen leben, was kann ich in die Nacht haben, aber, ich sage wieder, ich sage, aber nur dort, was dem Nächsten interessiert. Und dann wird gesagt, nicht bloß kieken, nur was ich will, wir kieken, nur was andere will, was andere will. Und das hier ein Schnuck haben. Verschieft sich, sieht ungen und das Sehen sein, als Christus selbst wie er. Na ja, wenn wir bloß einmal selbst kieken, wenn wir bloß bekämmen sind an meinem einen Leben, dann fängt sich da unten ein bisschen Witten, Keulen, kalt sein, nicht zu schweilen, dass von der Gemeinschaft ist. Und dann fehlt es, dass wir ein bisschen ein Schnuck haben, dass wir eine andere Ware in uns haben, dass wir anfangen rüber zu kieken, andere Menschen sein, wo kann ich einen Sehen sein, zu anderen Menschen, wo kann ich andere Menschen mitzusprechen. Wo wir ihn so wiederstellen. Wie ein Verschieft sagt, wir sollen sowieso einen Sehnen ungen und unter, als Christus selbst wie er. Er kam nicht für sich, er kam für uns, um uns zu raten, um uns zu erleisen. Und die Bibel sagt, wie können wir den Sehnen von Christus auch können. Ich hoffe, dass Sie ihn erfahren haben. Ich bin Henry Redekopp für die Karte Onderachten.